Mittags in den Dreharbeiten. Jeden Tag habe ich mit meinem Coach Theo Bern-Deutsch gelernt. Eigentlich spreche ich gerne Bern-Deutsch. Ich komme nämlich aus Rappers Religion. Nein, du bist immer die verdammte Japaner. Nein, du bist immer die verdammte Japaner. Nein, du bist immer die verdammte Japaner. Nein, du hast es gesagt. Wollte ich gerade? Nein. Einmal ja. Gut. Gut. Und das hier ist der Regisseur, Stefan Jäger, der mit Matthias die nächste Szene bespricht.